Fans sehen das, ich habe gerade einige Bomben-Nachrichten erhalten und werde jetzt alles enthüllen, was passiert ist. Stellen Sie also sicher, dass Sie den Kanal bereits abonniert haben, damit Sie diese Neuigkeiten nicht verpassen. Dem SV Werder Bremen dürfte die Wintertransferperiode aufgrund seines dünnen Kaders stark entgegenkommen. Nach Angaben der Deichstube sollen ein neuer Innenverteidiger und ein zentraler Mittelfeldspieler verpflichtet werden. Wir sind einer Meinung, dass wir durch Amos Pipas Verletzung und Nabi Kaitas Abstellung zum Afrika Cup noch einmal zusätzlichen Bedarf haben, verriet auch Ole Werner nach dem 1 zu 1 unentschieden gegen RB Leipzig. Beim letzten Heimspiel des Jahres war klar zu erkennen, wie stark der aktuelle Werder-Kader auf Kante genäht ist. Von den vielen Ausfällen ist gerade die Defensive stark betroffen, schließlich treu am Mittwochabend mit Amos Pipa, Milos Veljkovic und Niklas Stark gleich drei Innenverteidiger aus. Insgesamt bleibt es ein Thema für uns und das ist ja auch heute offensichtlich gewesen, dass wir einfach einen sehr kleinen Kader haben. Ich glaube, es ist der kleinste Kader der Liga, beschwerte sich Werner nach dem Leipzig-Spiel. Es ist das Bestreben von uns allen, dass wir mehr Breite hineinbekommen, aber es müssen eben auch Spieler sein, die zu uns passen. Menschlich, sportlich und natürlich auch finanziell. Ein breiterer Kader würde sich auch auf den Trainingsalltag positiv auswirken. Es ist selbstredend, dass man eine höhere Trainingsqualität hat, wenn mehr Jungs mit Profi-Erfahrung auf dem Platz stehen, als wenn man immer mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllt, wenngleich die Jungs das gut machen. Wie Werder-Fan? Braucht Werder deiner Meinung nach Verstärkung oder nicht? Was ist deine Meinung? Schreiben Sie es in die Kommentare, da es für unseren Werder sehr wichtig ist. Bleiben Sie dran, ich informiere Sie jederzeit über die neuesten Werder-Bremen-Neuigkeiten.